Da hat man jetzt irgendwie was. Antrieb! Oh! Okay. Ich habe das Differenzialis, sei es, ganz ehrlich. Du hast doch vier Warnungen da oben rechts. Oh, hier, 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 hier. Hier, 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 hier Das wäre jetzt ein Wahnsinn. 30 Kilometer, 15 Kilometer. Wie lange ist der Ring? Kannst du das mal kurz raussehen? 10 Kilometer, da kann man noch 8 Minuten fahren. Das geht sich aus. 5, 4, 3 und gehen wir in die Kurve. Ich glaube, der Streckenposten, der schon Hand angeht, der auf die Kurve aufpasst. Der hat die Überfund nicht zahlt bekommen. Ich glaube, hier drei Autos, die zahlen sich nicht aus, was soll es sein? Ich glaube, da kannst du ohne, wenn du da ohne Bremse in die Kurve fahren willst, jetzt brauchst du bessere Weifen und weniger Gewicht. Die Stelle als Beifahrer ist echt schlimm für dich. Muss ich das jetzt auf der Front wieder einfangen? Ich denke mal, jedes Mal okay, das geht sich nicht aus. Das geht sich aus. Schön, schön, schön. Butterweich. Die Kurve. 34 Kilometer, Reichweite. Da gab es auch noch einen Sport Plus raus, weil er zu wenig Sprit hat. Die Bremsen halten, super, oder? Sie machen komische Geräusche, aber sie halten. Die Geräusche muss man ignorieren. Ja, ja. Das ist sicher ein Fahrrad für dich normal. Warte, ich bleibe auf dir drauf in die Kurve, das ist schlecht. Schön. Das warst du echt schön. Das warst du super. Die Stelle da. So, eine schnelle noch. Okay. 2.30 Kilometer. 2.30 Kilometer.